Es ist immer wieder ein Vergnügen, in die Welt des Josef Schmid einzutauchen, sie zu betreten und darüber zu staunen, welche zutiefst humanen Gedanken der Grand Senior des deutschen Managements für den Mittelstand entwickelt und dabei doch so praxisorientiert und lebensnah bleibt, wie kaum einer der jüngeren Management-Vordenker. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin Management-Trainer und Gründer des Schmid-Kolleg. Ich habe 32 Bücher geschrieben und elf Lehrwerke. Ich habe an 14 Universitäten als Gastdozent gearbeitet und 3500 Veranstaltungen im Groben beschritten. Wir brauchen für alles, was wir tun, Zeit und wir haben genug. Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern zu viel, die wir nicht richtig nützen. Jeder Mensch hat 82.400 Sekunden jeden Tag und überwiegend, zumindest überwiegend, kann er damit tun, was er will. Als nächstes habe ich mich sehr gründlich mit der Freude beschäftigt und auch ein Buch darüber geschrieben. Es wurde auch zum Bestseller. Freude ohne Dankbarkeit ist nur halbe Freude. Dankbarkeit ohne Freude ist nicht möglich. Unternehmer sein mit Körper, Geist und Seele. Wir brauchen alle drei Teile. Man kann nicht Erfolg nur mit dem Körper oder nur mit dem Geist oder nur mit der Seele. Wir brauchen den Dreiklang und darin sind auch eben die Gefühle. Leistung wird erst zum Wert, wenn sie verkauft ist. Und der Markt spielt eine große Rolle und darum müssen wir den immer wieder genau betrachten, analysieren und schauen, was er hergibt. Und dabei immer daran denken, dass der Wandel sehr stark ist. Ich glaube, das Stillen von Bedürfnissen bringen wir mit auf die Welt. Wir müssen gut darauf achten, dass das Streben nach Bedürfnissen nicht zur Gier wird. Zum Beispiel immer größer, immer weiter, immer höher oder immer mehr Gewinn. Kultur ist, wie wir miteinander umgehen. Damit ist alles gesagt. Und ein Unternehmen braucht eine Kultur. Vielleicht sagen Sie dazu auch Corporate Identity. Corporate Identity ist das gefühlsmäßige Erfassen der Gesellschaft eines Unternehmens, ob man diesen Unternehmen Kompetenz zuspricht oder versagt. Die Lehre der Ethik ist die Lehre vom sinnvollen Miteinander und die Lehre der Verantwortlichkeit. Und wenn wir das gut machen mit der Wirtschaftsethik, dann entsteht daraus ein Ethikkodex, aber auch eine DIN-Norm und in diesem Fall auch meins vom Schmitt-Kolleg. All das, was ich Ihnen jetzt vorgetragen habe, kommt in den Zyklus Die kleine Bibliothek mit großer Wirkung. Und hier ganz besonders die Themen Glück und Erfolg. Erfolg ist die Summe aller Maßnahmen, die zu einem gedeihlichen Leben führen, die meine Selbstachtung heben und bei mir die Überzeugung wecken, geschätzt gebraucht zu werden und die Freude in den Mittelpunkt zu stellen. Ja, ob das Glück ist, dass ich das bekommen habe, das wusste ich auch nicht. Jedenfalls bekam ich das Bundesverdienstkreuz am Band. Eineinhalb Jahre später bekam ich das Bundesverdienstkreuz Erster Gasse. Ich bekam den Ludwig-Erhard-Preis. Ich bekam den DEGRA-Avart, um nur einige zu nennen. Aber dahinter standen natürlich immer auch große Leistungen, wenn man so will. Es sollte nicht am Schluss seines Lebens sein, dass wir sagen müssen, der, der ich bin, grüßt traurig den, der ich sein könnte. Im Gegenteil, man muss sagen können, ein schönes Leben, ein abwechslungsreiches Leben. Und ich stelle auch immer mal wieder die Frage, was sollen die Menschen über Sie sagen, wenn Sie einmal nicht mehr sind? Darauf höre ich auch oft die Antwort, oh, das ist mir egal, nach mir die Sintflut. Aber das ist falsch, denn Ihr Leben ist ja genau das bis zum Ende. Strategisches Management ist ein zielorientiertes Vorgehen, das eine im Ziel festgelegte Wirkung hat. Wenn das Ziel gut war und das Management auch, gibt es Erfolg und gibt es Glück. Ich bin der Mittelpunkt meiner Welt, wohlwissend, dass es jeder andere auch ist. Dem anderen zu dienen mit dem, was ich habe, mit dem, was ich kann, dass auch er Mittelpunkt seiner Welt sein kann, das ist die Grundlage des Erfolgs, das ist die Grundlage des Glücks, das ist die Grundlage der Betriebswirtschaftslehre und vor allem ist es die Grundlage der Sinnfrage. Lass nicht zu, dass Du jemandem begegnest, der nicht nach der Begegnung mit Dir glücklicher geworden ist. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Ihnen das tausendfach gelingen möge.